Avdijevka, das ist die Stadt, deren Schicksal als eine weitere, die nächste Phase im Ukraine-Krieg gilt. Die Russen wollen sie um jeden Preis erobern. Die größte Offensive seit Jahresbeginn soll Putin diese Trophäe bringen. Die Ukrainer hingegen verteidigen ihre Stadt, die fast nur noch aus Ruinen besteht. Die Befürchtung fällt, Avdijevka, dann begünstigt das den weiteren Vormarsch der Russen in den Donbass, heißt es. Max Hermes ist in die schwer zugängliche Stadt im Kampfgebiet gereist. Schon aus weiter Ferne weisen Rauchsäulen den Weg nach Avdijevka. Am Ortseingangsschild zeigt ein gutes Dutzend Landesflaggen, die Stadt ist noch in ukrainischer Hand. Doch das Bild, was sich unserem Team im Inneren bietet, ist beispiellos. Kaum ein Stein ist hier auf dem anderen Gebäude. Wir sehen hier ein Gebäude der Stadtverwaltung, völlig zerstört worden. Und wir werfen den Kamerablick auch nochmal auf dieses Gebäude. Auch dort alle Fenster ausgebrannt. Wir sehen noch die Überreste des Feuers. Es ist also hier massiv getroffen worden, das Stadtzentrum von Avdijevka. Einige Straßen weiter betrete ich einen geheimen Keller, in dem Hilfen für die verbliebenen Zivilisten zusammenlaufen. Hier treffe ich Polizist Alexander, frage ihn, warum die Russen gerade so viele Verluste hinnehmen, um diese Stadt zu erobern. Für uns ist es sehr wichtig, Avdijevka zu verteidigen. Denn dadurch halten wir die Russen davon ab, sich im Oblast Donetsk weiter auszubreiten. Feldavdijevka kann der Feind schnell viele weitere Kilometer vorrücken. Das wollen und müssen wir unbedingt verhindern. Zurück auf der Straße, zwischen den Ruinen, wird es hektisch. Uns bleiben nur wenige Minuten, um Eindrücke zu sammeln, denn diese Stadt ist Kampfgebiet. Wir hören im Hintergrund Beschuss. Wir müssen die ganze Zeit in Bewegung bleiben, um nicht selbst zum Ziel der Russen zu werden. Polizist Alexander, der uns den Weg zeigt, rät dazu, aus Sicherheitsgründen erneut in ein Versteck zu gehen. Dort heißt es erst einmal warten. Mit beunruhigenden Informationen. Wir sitzen gerade in einem der wenigen noch funktionierenden Verstecke in Avdijevka. Wir hören, dass die Russen zwei Luftbomben abgeworfen haben über der Stadt und dass möglicherweise auch der Punkt, an dem wir unser Auto abgestellt haben, getroffen worden sein könnte. Deshalb planen wir jetzt, wie wir hier wieder rauskommen. Einige Minuten später gibt es draußen Entwarnung. Das Auto steht noch blickdicht im Versteck. Wir treffen auf Zivilisten, die trotz Artillerie-Sound Fahrrad fahren. Die 70-jährige Tamara sitzt vor dem Eingang ihres Wohnblocks. Sie blickt dort auf einen Spielplatz, der gerade erst Ziel eines Angriffs war. Die Stadt wird konstant beschossen. Warum sind sie noch hier? Das ist doch lebensgefährlich. Ich wurde in Donetsk geboren und lebe seit 50 Jahren in diesem Haus. Deshalb werde ich hier bleiben, bis ich sterbe. Wir leben im Keller. Jetzt gerade sitzen wir zwar draußen, aber wenn wir nahen Beschuss hören, laufen wir in den Keller und warten dort in Sicherheit, bis es vorbei ist. In einer anderen Ecke der Stadt werden wir Zeuge einer frischen Detonation. Wir können vielleicht einmal die Kamera dort zu diesem Haus schwenken. Wir sehen, es ist noch dichter Rauch. Also dichter Rauchwolken, ein Einschlag, der erst wenige Minuten her sein muss. Was mich erstaunt, es gibt weiterhin eine Basisinfrastruktur. Diese Klinik ist noch immer intakt. Ihre Belegschaft, wie Chefarzt Vitali, trotzt der Bedrohung, die auch hier sichtbar ist. Elf Leute arbeiten gerade in diesem Krankenhaus. Wir alle leben hier und gehen nicht weg. Vor der großen Offensive haben wir im Erdgeschoss geschlafen. Inzwischen sind wir aber in den Keller umgezogen, weil es zu gefährlich geworden ist. Wenn du mich fragst, ob ich Angst habe, natürlich, aber was kann ich tun? Wer hat es einfach, der jetzt noch in dieser Stadt lebt? Niemand. Bevor wir die Stadt verlassen, erblicke ich eine Frau, die an einer Feuerstelle Wasser erwärmt hat. Die Russen erwägen, bei Avtijivka eine neue Großoffensive zu starten, könnten das Gebiet mit Panzern einkreisen. Es wäre das Ende für einen Ort des Widerstands, dessen Bewohner bislang jedem noch so schlimmen Tag trotzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017